Hi Leute, ich habe mir die antibakteriellen Handschuhe von Silver Night bestellt. Das Besondere an denen ist, dass da 14% echtes Silber mit eingearbeitet ist und der Rest ist Mikrofasern. Der Grund, wieso da Silber mit drin ist, ist, weil Silber eine hohe antibakterielle Wirkung hat. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wow, geil! Krass, ich dachte tatsächlich Silber ist irgendwie kratzig. Die sind einfach super gemütlich und die passen richtig gut. Ich trage Größe M. So, jetzt probiere ich noch den Schwarz an. Wow, die sind richtig schön. Tada! Dann würde ich sagen, testen wir die jetzt mal im Alltag aus. Das Gute ist, die Handschuhe kommen direkt vorgewaschen bei euch an, sodass ihr sie sofort nutzen könnt. Ich will also heute hygienisch durch den Tag kommen und bin gespannt, wie sich die Handschuhe anfühlen. Tatsächlich haben sie mich überhaupt nicht gestört und ich konnte den Einkaufswagen ohne den Gedanken daran, wie viele Bakterien da jetzt wohl dran sind, nutzen. Für mich ist aber das absolute Highlight, dass ich ohne Probleme mein Handy mit diesen Handschuhen bedienen kann. So, da sind wir wieder. Wie ihr seht, trage ich die Handschuhe immer noch. Ich muss sagen, ich dachte, ich schwitze darin mehr. Habe ich tatsächlich gar nicht. Die sind wirklich gut durchlässig. Das finde ich schon mal top. Und ja, dass ich die natürlich mit einem Touchscreen auch weiterhin benutzen kann, finde ich mega gut. Da habe ich sonst immer das Problem mit Handschuhen. Und ja, was soll ich sagen, die kann ich jetzt sogar in die Waschmaschine packen. Yes! Und ja, was soll ich sagen, die kann ich jetzt auch in die Waschmaschine packen. Und ja, was soll ich sagen, die kann ich jetzt auch in die Waschmaschine packen.